Servus Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Kimber. Ich bin heute mit Daniel unterwegs. Wir sind auf der Messe in München auf der ISPO. Und auf der ISPO gibt es auch vier oder fünf Hallen mit Outdoor und wir werden uns einiges anschauen. Was werden wir uns anschauen? Karinthia, glaube ich, wollen wir schauen. Fiat Raven wollen wir schauen. Bushcraft Essential werden wir auf alle Fälle vorbeischauen. Dann Kuh, Kuh nennt sich die mit Kuh. Die machen richtig geile Kuhboxen, die 10 Tage, also wie ein Kühlschrank, die 10 Tage kalt halten. Seid's gespannt drauf und wenn euch das interessiert, bleibt's einfach dran in diese Richtung. Jetzt beginnt. oder noches Platz? Was die 2024자뇌? Das war's. Das war's. Ich hab's noch. Das war's. Das war's. Gut. Ich hab's noch gerade wieder. Ich hab's noch. Also, wir hangeln bei Bushcraft Essentials und es gibt Neuigkeiten, die wird uns die Michelle jetzt vorstellen. Genau, richtig. Also, ganz lange und heiß ersehnt. Das sind Ledertaschen, die wir uns ganz neu heute vorstellen. Heute ist tatsächlich Produktpremiere, deswegen toll, dass ihr da seid. Das eine ist einmal eine Ledertasche für unsere Bushbox LF, das andere ist eine Ledertasche für die Bushbox LF. Die sind gefertigt aus... Schön leicht. Ja, schon, oder? Die sind gefertigt aus schönen, stabilen Prinzledern. Das ist pflanzsichtig, ja. Das ist wirklich auch eine richtig schöne, stabile Tasche, wo zum einen der Koffer reinpasst, aber eben auch jegliches Zubehör, also Topauflagen, Grillrost, kann man alles wunderbar mit dort reinpacken. Und jetzt lassen wir diese Einschügel hier. Wenn man diese Einschügel jetzt aus Rühlstahl, da kann man jetzt die Bushbox LF ganz schön hier rein schieben. Ah, jetzt habe ich es gleich jetzt. Dann kann man es schon schön da drin transportieren, ist halt sauber, Platz sparen, alles schön reingepackt. Da gibt es auch diese tolle Einschügelstahl. Das heißt, man kann zum einen sich sein Feuer hier vorbereiten, kann man ein bisschen Federspäne vorbereiten, dann kann man das nächste Jahr auf die Rinde abschrauben und dann kann man so drauf. Füßchen da reingestellt, dann packt man halt da einen wunderbaren Bodenschutz, damit der Boden nicht verbrennt oder wenn Fohren runterfallen, dass eben da wirklich nichts mitkommt. So, ich bin jetzt hier beim Detlef, das ist der Erfinder von Bushcraft Essential und der Produkteentwickler, kann man so sagen. Und erklär uns, wo produziert sie denn? Wir produzieren alle Kocher ausschließlich in Deutschland, in Bayern. In Bayern? Also sind 100% bayerische Produkte. Das klingt doch gut. Ja. Wo produziert sie denn? In München und Umgebung, also beziehungsweise teilweise auch im bayerischen Wald, aber im Moment Schwerpunktproduktion ist in München. Okay, und die Materialien? Materialien sind, wenn es irgendwie geht, Stähle aus Deutschland, wobei im Zeitalter der Globalisierung kriegt man keinen rein in Deutschland produzierten Stahl mehr. Teilweise kommt der Stahl aus Finnland, wir vermeiden minderwertigen Stahl von weiter weg, also von Kett zu kann aus. Wie zum Beispiel in Deutschland? Ja. Wir produzieren ja nicht bloß in Deutschland. Wir schauen darauf, dass wir nachhaltig produzieren. Wir schauen darauf, dass wir kein Plastik sind. Wir schauen darauf, dass wir ein ständiges Material haben. Also in sehr hohe Qualität alles. Das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel die kleinen weißen Täschchen bei den Produkten haben. Also alle unsere Kocher sind in den weißen Täschchen. Das sind aber nur unkompakt. Weil wir kein Plastik in Deutschland machen. Machen wir uns die Mühe, die... Wir nehmen die Oli immer her. Ja, genau. Also wir sind gerade bei der Firma QL und die haben Kälteboxen D. Wir haben hier eine in Deutschland produzierte Thermobox und die kann die Temperatur für ab bis 10 Tage warm oder kalt im Inneren halten. Das Ganze funktioniert über eine Hightech-Isolierung, die auch in der Raumfahrt eingesetzt wird. Vakuum-Isolationstechnik und wir haben sogenannte Temperaturelemente. Und mit diesen Temperaturelementen kann entweder kalt, wie in dem Fall für Eis, minus 15 Grad eingestellt werden. Minus 18 Grad, na warte mal, minus 20. Minus 20, genau. Du Scheiße. Oder eben warm. Und da ist ein Akku dann dabei, oder? Sondern heiße Himbeeren. Ja. Und das Ganze funktioniert ohne Strom. Mhm. Und wir sind QL. Und jetzt sind wir eben seit knapp zwei Jahren mit diesem Endverbrauerprodukt auch schon rausgekommen. Also die Dinger halten auch ganz schön was aus. Cool. Also im wahrsten Sinne, cool. Da ist das gleiche Material wie den Schuhsohlen drin. Das heißt, es hat schon... Also ich bin gerade bei Markus und bei der... von Sport-Ton-Medics. Und die haben was Cooles erfunden. Und zwar... Hab ich vorher schon einen Test gemacht. Den splende ich dann auch gleich ein. Und zwar... Erklärst du es einfach mal kurz, was ihr gemacht habt? Also was wir gemacht haben... Wir haben versucht, Griffmittel zu realisieren. Hilfsmittel klingt übertrieben. Eine Lösung zu finden, um Verletzungen zu vermeiden, bevor sie eigentlich entstehen. Unser Körper ist einfach zu langsam. Und das sind genau die Bewegungen, die wir zu langsam realisieren. Da passiert es, dass halt im Schuhungelenk gerne die Bänder reißen. Also wenn sie damit zusammen nicht... Jetzt hier quasi hier umknickt, dann reagiert das Ding so schnell, dass sie eben nicht mehr umknickt. Und das finde ich eigentlich recht gut. Der Vorteil ist, es stabilisiert mehr als irgendeine starre Orthese im Vergleich. Also es kann wirklich mehr Kräfte aufhalten als Orthese. Ist aber frei beweglich. Ich bin in keiner anderen Weise eingeschränkt. Ja, merkst du das. So kann ich alles machen. Genau. Und es blockiert nur, wenn wirklich das System benötigt wird. Schutz dann, wenn ihn braucht. Wie beim Sicherheitsgurt. Vielleicht noch, dass es zu Bildschachter wird. Die Reaktionszeit von dem System ist sogar schneller als aktuell ein Airbag. Das System exkludiert nicht und kann zwei Millionen Mal auslösen. Oder dass er nicht immer wiederverwendet wird. Du siehst, wie der Zylinder arbeitet. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen schneller rüber... So, jetzt drücke ich. Wenn ich jetzt loslasse... Hast du das gespürt? Ja. Das ist auch so. Das heißt, jetzt blockiert. Jetzt passiert da gar nichts. Sobald Kraft, also die Muskulatur, das übernimmt. Krass. Wir sind jetzt gerade bei Klinger Team. Und der Guido erzählt uns jetzt, was das Neues gibt. Servus. Also es gibt Lunchbox. Lange erwartet von Klinger Team. Jetzt haben wir sie auch. Innenstall. Alles mit Klinger Team ist aus dem Innenstall. Ja. Das ist ein Innenstall. Und das sind jetzt die neuen Fruitboxen. Man sieht, das Design ist ein bisschen anders als die Fruitboxen, die man normalerweise kennt. Die eben so einen Clip haben zum Öffnen oder sowas. Was habt ihr? Das ist im Prinzip ein Deckel, der mit dem Silikonen verbunden ist, der Edelstall. Das lässt sich auch nicht trennen. Aber das Besondere bei dem Deckel ist, dass er wirklich absolut auslaufsicher ist. Okay. Das ist cool. Ja. Das heißt, das lässt man quasi nichts aus, wenn ich da habe. Genau. Salat oder was man nicht dabei hat. Genau. Absolut auslaufsicher. Was gibt es noch aus? Da gibt es die drei Größen. Eine kleine Snackbox, eine Beerbox und eine Sandbox. Die wird komplett bearbeitet. Es gibt eine neue Größe. Die Sandspieler, oder? Die sind isoliert, genau. Eine Vakuumisolierung. Der Deckel ist auch komplett vakuumisoliert. Das Besondere bei denen ist, ich muss nur eine Viertel Drehung machen. Dann sind sie auf. Außerdem gibt es hier oben so eine Disc, die dreht sich. Das Problem ist, wenn ich in so einem Tuchkanister, wenn ich da warmes Essen drin habe und es kühlt ab oder kaltes Essen, dann kann sich die Markung bilden und ich kriege die Deckel nicht mehr auf. Die teilt jetzt in zwei Größen. 215 Milliliter, knapp 1,5 Liter auf Liter. Das sind die Produktneuheiten für dieses Jahr. Die neue Outdoor-Kleidung, wenn es mir doch ein bisschen kälter wird. Das ist ja krass. Ich mag die jetzt auch noch nicht sehen, aber die Jatten. Schaut cool aus, fühlt sich echt leicht an. Und ein paar coole Sachen dabei. Nein, jetzt sind wir hier bei Ford Nenzen. Woher sind Sie von? Poland. Okay. Hi. Ich bin Jack von Fjord Nenzen Brand, von Poland. Und hier haben wir unser Ultralight-Sleeping System. Es liegt 450 Gramm. Ja. Und Sie können es zusammen oder separat sein. Das ist auf Ihren Präsenzen. Und dieses Tarp ist 450 Gramm. Ja, 540 Gramm. Dieses Liner ist 350 Gramm. Vielleicht weniger. Also Sie haben ein volles Sleeping System, rund 800 Gramm. Also für 800 Gramm habe ich hier vollwertiges Zeltkummer eigentlich fast sagen. Weil ich habe ja hier ein Moskitonetz drinnen. Und für fast 800 Gramm. Das ist natürlich super leicht. Dieses Liner also protect you from bugs, from mosquitoes. Also protect your mattress from pointing, from destroying from the ground. Is it watery blind? Not quite. The ground? The ground, of course. Okay. The floor is waterproof, but the nylon is high breathable, but not waterproof. Ja, that's good. And the Tarp? The Tarp is 300. This is high nylon. This is 3000 mm. Very nice. Okay. Sehr gut. Jetzt haben wir durch, durch die ISPO. Das sind nicht die Outdoor ISPO, sondern die normale ISPO. Da sind halt auch nur 4 oder 5 Hallen Outdoor. Der Rest ist Ski etc. Wie hat es dir gefallen? Ja, mir hat es ganz gut gefallen. Wie gesagt, ein bisschen zu sehr Skilastig. Das war jetzt nicht so ganz was für uns. Aber ansonsten muss ich sagen, nicht überlaufen. Sehr angenehmes Klientel. Also mir hat es ganz gut gefallen. Genau. Und auch die Firmen, die wir so gehabt haben, mit denen wir wirklich ein Interview gemacht haben, die waren alle recht freundlich. War cool. Waren ein paar neue Sachen dabei. Alles in allem. Ganz nett zum Anschauen. Ist aber eine Fachmesse für die normalen Besucher leider nicht zugänglich. Also das war es wieder von uns. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like fragen. Falls es noch nicht abonniert hat, gerne den Kanal abonnieren. Und ansonsten sage ich Danke für's Zustand. Euer Stefan von Outdoor-Kimmbach. Grüß dich. Servus, bitte ich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020